Servus, Grüezi und Hallo, mit wunderschönen Grüßen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Mein Name ist Christian Schlegel, wir haben 7.10 Uhr, wenn ich diesen Clip mache, und in diesem Clip geht es um den Nasdaq. Der hat ja gestern mal richtig ausgeatmet und obwohl ich erst vor einer Woche einen Film gemacht habe, übertitelt mit Schneller, Höher, Weiter, dem olympischen Motto, muss ich jetzt doch mal ein ziemlich zeitnah nachschieben. Denn die Frage ist, war es das, war es das nicht? Das will ich versuchen herauszufinden. Wir haben in der gesamten Aufwärtsbewegung seit Mai immer auf die 20-Tage-Linie korrigiert. Hier, 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 da auch nochmal. Wir sind einmal durch, das war Ende Juli, aber der hat sich sofort wieder gefangen. Das war eine kitzlige Situation hier. So, die 20-Tage-Linie liegt nach meinem System hier bei 11.588. Momentan hier um 7.10 Uhr rechnet der Freund bei 11.700. Er gibt also nochmal nach gegenüber gestern Abend oder Nachmittag. Das heißt, wir sind momentan, ich fühle mich jetzt mal an, 11.700 sind wir hier, da am Tief von gestern. Wie gesagt, zur 20-Tage-Linie, gerechnet per gestern 11.588 sind das dann noch 120 Punkte. Hält die oder hält die nicht? Ich muss ehrlich sagen, da waren ja manche Werte dabei, fangen wir mit Apple, Tesla, Zoom, wie soll das heißen? Die haben ja eine fulminante Rallye gemacht. Gerade Zoom, am Mittwoch war das 42% plus. Dann haben sie gestern halt mal 10% nachgegeben. Das ist nicht viel, also das ist nichts anderes als ein Atmen. Bisher werte ich das auch als ein Atmen. Dieses Atmen kann meiner Meinung nach durchaus runtergehen. Erstmal hier bis zu diesem 61er Retracement bei 11.450. Das wäre so das erste grobe Ziel. Im Extremfall sogar bis hierhin 10.857. Aber da sollte er tunlichst nicht runter. Wenn er das macht, dann sehen wir uns hier irgendwo bei 10.300 wieder. Das ist gefährlich. Mal rein von der Technik her. Wir haben natürlich jetzt hier einen bösen Knick im MACD. Histogramm, moderne Sichtweise, ist schon negativ. Ich warte immer noch auf das zweite und das wird heute definitiv kommen. Wir haben ein fettes, frisches Verkaufssignal in der Stochastic. Auch nicht schön von hier oben. Wir waren am oberen Band, sind dann wieder rein. Was ich gemacht habe letzte Woche, und ich habe das auch im letzten Film gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben nasster gehandelt. Das ist nicht mein Ding. Aber irgendwann konnte ich auch nicht mehr. Meine Scheine hatte ich gekauft bei, wo war denn das? Das war ein Put von, da war der Index bei 12.200. Und ich habe 12.359 genommen. Ganz bewusst sehr knapp mit einem kleinen Geldeinsatz. Ich wollte reinriechen in den Markt. Wer bei mir die Seminare macht oder die Webinare, der weiß, ich nenne es immer Schnüffelstücke. Ich muss das riechen. Ich muss das fühlen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da mit einer großen Position reinzugehen. Das hat noch gestunken. Im Sinne von, die Shorts haben immer noch nicht genügend gehechelt. Aber das war dann halt am Donnerstag der Fall, beziehungsweise am Freitag mit diesem Schluss. Das war ja auch eine sensationelle Bewegung, die der da gemacht hat. Da habe ich dann nochmal welche gekauft. Allerdings dann mit einem größeren Volumen, aber auch mit einem größeren Abstand. 13.107. Da konnte ich ruhig sein. Und da lag ich auch erstmal schief. Aber gestern hat sich das dann, die haben sich fast verdoppelt. Das war sensationell. Und für mich ist es wichtig, das rüberzubringen, dass man nicht immer mit dem gleichen Volumen reingeht. Sondern wenn man sich nicht sicher ist, und ich war das nicht, weil das Ding war im vollen Rand. Das war eine Bias Stampede, verbunden mit einem riesigen Shortsqueeze. Dass man da erstmal klein reingeht und sich das anschaut und versucht, das zu fühlen. Weil wenn Sie nur vom Chart sehen, haben Sie keinen Bezug zu. In dem Moment, in dem Sie, wir können das auch Pizza-Trade machen, dann sind Sie drin. Dann fesselt Sie das. Dann sitzen Sie vor dem Bildschirm, dann schauen Sie sich das genauer an. Also ich finde das sehr wichtig. Ich habe das so gemacht. Die ersten Scheine wurden dann rausgekickt. Damit habe ich gerechnet, dass es passieren kann. Deswegen habe ich das nicht gestört. Aber die zweiten, die haben dann, ja, die hatten dann Standgas. Das hat Spaß gemacht. Gut, also nochmal. Wir sind am oberen Band jetzt mal gescheitert. Also das hier ist kein Scheitern. Wir schließen auch oft mal drüber, dran, dran, dran. Haben wir hier auch gemacht. Praktisch punktgenau. Und dann kam die große Welle. Ich gehe mal mit Ihnen auf den 60-Minuten-Chart. Wir haben ja morgens, so wie wir jetzt schon die Indikationen haben von 11.691, haben wir natürlich überall Indikationen. Und da waren wir sogar noch ein bisschen höher. Ich glaube, wir waren hier irgendwo. Um dann am Mittag um 15.30 Uhr da aufzumachen. Etwas über 12.200. Das war schon eine große Bewegung. Und dann nur schwarze Kerzen. Bis auf die letzte. Das entbehrt keiner Logik. Also im Sinne von, das ist oftmals so, dass dann irgendwelche Shorts, die hier waren, untergegangen sind. Was mich insgesamt stört, fundamental, ist die Tatsache, dass die Kreditaufnahme in Amerika zum Erwerb von Aktien auf dem höchsten Stand ist. Seit, was war das? Das stand auf Bloomberg, ich glaube, 2002. Das ist enorm. Also das ist richtig viel. Und das ist eine Geschichte, die sage ich immer, also Aktien auf Kredit kaufen, das ist gefährlich. Und das muss man sich halt jetzt ernsthaft fragen. Ich gehe mal wieder zurück auf den Tag. Was hat das für einen Impact? Letzte Woche war auch eine, nennen wir es mal, Investorenkonferenz oder Technikerkonferenz. Da war ich auch reingeladen von einer großen Bank. Und die haben gesagt, das, was hier gekauft wird, ist nicht seitens Institutioneller, die da nochmal fett reingehen. Denn das ist überwiegend Retail. Das sind die Robin Hoods dieser Welt. Das sind wir. Und das heißt, das ist ein eher weiches Fundament. Also ich gehe mit Blick auf diesen Chart, oberes Band, jetzt endgültig mal verlassen, aufsetzen auf die 20-Tage-Linie in einer Geschwindigkeit mit einem enormen Momentum, dass ich davon ausgehen muss, wir sehen mindestens diese 11.450, das ist das 61.8er. Aber ich muss durchaus ins Kalkül ziehen, dass der Freund nochmal ein bisschen mehr Luft ablässt. Rund auf die 10.000, sagen wir mal 900, die 11.000 einmal beschnüffelt. Das sind mir alles Verkaufssignale auf höchstem Niveau. Und ich glaube, das war gestern so eine Art Initialzündung im Sinne von, ups, die Kurse gehen ja nicht nur hoch, die können ja mal fallen. Das wird jetzt also super spannend, das wird hochinteressant zu handeln. Zum Handeln habe ich euch ein paar Scheine mitgebracht. Ich werde ihn nicht kaufen. Mir ist das zu heiß. Aber wenn ich sehe, dass das untere Band im Moment bei 10.712 ist, das ist mir zu weit, aber das ist jetzt ein Schein, der ist nur und ausschließlich für die Watchlist. Und zwar habe ich, welcher war denn das jetzt hier? Der da. 10.866. 10.866, da sind wir hier etwas oberhalb der letzten Aufwärtsbewegung, das Beginn der letzten Aufwärtsbewegung. 10.866, im Moment ein 14er Hebel, der wird aber ganz schnell steigen. Das ist vom Goldman Open Endschein mit der Kennemar Gustav Friedrich 05, 7 Siegfried, GF 05, 7 S. Nochmal, der ist nur für die Watchlist erstmal. Wenn also hier das Ding ein bisschen weiter geht und dann irgendwann Verkaufssignale seitens der Stochastik entstehen. Das MACD wird zu langsam sein, da würde ich nicht drauf warten. Seitens der Stochastik, also nochmal unter 20 und dann nach oben drehen. Nehmen Sie sich da zur Hilfe den 4 Stunden und vielleicht den 1 Stunden Chart, dann sind Sie da ein bisschen zeitnäher dran. Aber das wäre ein Schein, den packe ich aber nur auf die Watchlist. Ich sehe oder erachte die Möglichkeit, dass wir von hier aus irgendwie jetzt ein neues High machen. In den nächsten, sagen wir mal 10 Handelstagen halte ich für sehr gering. So und jetzt schauen wir mal nach dem Putt und den kann ich ganz genau terminieren. Hier am Hoch muss der Stop liegen. Bitte so plus 20, 30 Punkte. 12.435 war das hoch. Und darum muss ich mir die Basis suchen. Und da komme ich auf sowas hier. 12.481. Auch ein Open-End-Schein, im Moment ein Hebel von 15 mit der Kennnummer GF1KRD, Gustav Friedrich 1, Kurt, Richard, Dora. Das wäre der Schein. Der gefällt mir definitiv besser, weil ich bin der Meinung, der Markt hat noch nicht genügend ausgeatmet und da kommt noch mehr. Es ist völlig in Ordnung, wenn ein Markt mit so einer Bewegung mal atmet. Das ist auch in Ordnung bei Tesla. Ja, der Aktien-Split sowohl bei Tesla als auch bei Apple, der hat denen psychologisch wirklich geholfen. Aber ich bin der Meinung, der Nasdaq hat seinen Hoch erstmal gesehen und sollte mindestens pausieren, eher eine weitere Korrektur machen. Mindestens hier bis zu 11.439, das ist das wenigste. Aber das ist eine Frage der Geschwindigkeit. Ich muss aber auch befürchten, dass wir nochmal an der 11.000 rumschrauben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.